Das Monatsupdate meiner Einnahmen mit dem Projekt Raw Spirit. Das bedeutet ich stelle Euch heute dar was ich insgesamt mit dem Weltverbesserungsprojekt Raw Spirit hier bei Youtube verdient habe und natürlich alle angrenzenden Einnahmen. Guten Morgen! Ganz am Anfang noch einmal der Hinweis darauf dass ich meine kompletten Einnahmen hier offenlege. Das bedeutet die Werbeeinnahmen durch Youtube, Patreon Einnahmen, Affiliate Einnahmen und auch die Einnahmen der Buchverkäufer. Ich habe explizit noch einmal mit einem Youtube Support gewendet aufgrund eurer Kritik und gefragt ob ich auch ganz konkret nicht nur die Gesamteinnahmen Euch posten darf, die ich jetzt hier mit diesem Youtube Projekt erwirtschafte, sondern ob ich auch ganz konkret die Youtube Werbeeinnahmen posten darf, die ganz wichtig für einige von Euch sind und habe dann auch eine Antwort erhalten dass ich ja dann bei den Adsense in den Nutzungsbestimmungen doch die Antwort fände. Also wer das noch nicht gesehen hat, das sind zigweise kleintextige Seitenweise wo man sich durchlesen muss. Und da habe ich erneut angefragt ob sie als Support mich unterstützen könnten, da ich ja keine Lust habe mir die ganzen Bestimmungen komplett durchzulesen. Also daher nach wie vor ich sage Euch, poste Euch jetzt die Gesamteinnahmen was ich mit diesem Youtube Projekt eben verdiene und alles was dazugehört. Was wahrscheinlich für die meisten sowieso der interessanteste Aspekt ist, da ihr ja wissen wollt wie sieht es aus wenn jemand einfach Youtube Kanal macht und ob er dann irgendwann vielleicht sogar davon leben kann und wieviel Geld er damit verdient. Aber die konkreten Youtube Werbeeinnahmen, also das was durch die Werbung ich verdiene, das weiß ich nicht ob ich es Euch posten darf. Wenn einer von Euch ein offizielles Statement von Youtube zu diesem Thema findet, dann lasst es mich wissen und wenn das positiv ist, dann poste ich dann auch selbstverständlich ganz konkrete Youtube Werbeeinnahmen, bloß ich muss für mich natürlich sicher sein dass ich das posten darf und dazu brauche ich auch irgendwo ein offizielles Statement, ich hoffe das versteht ihr. Aber ich poste wie gesagt meine kompletten Einnahmen, bloß die Youtube Werbeeinnahmen als ein Punkt davon kann ich nicht explizit rauslösen und möchte auch sagen. Ich mache das natürlich auch gerne freiwillig, niemand zwingt mich dazu, aber Euch interessiert es und da habe ich ein Bedürfnis dieses Interesse zu befriedigen, weil es mich ja nichts kostet. Und solange diese Business Updates auch geschaut und positiv bewertet werden werde ich das auch weiterhin monatlich tun, einfach meine kompletten Einnahmen mit diesem Youtube Projekt offenlegen und dann eben auch einmal monatlich zur Entwicklung meines Kanals generell und den damit verbundenen finanziellen Verdiensten Stellung nehmen. Ihr wisst ja, ich mache keine so 2000 Abonnenten Special usw. Das habe ich am Anfang mal gemacht, aber irgendwann fand ich es einfach affisch für mich. Ich freue mich natürlich wenn immer mehr Menschen mich abonnieren, wenn ich mehr Menschen erreiche, aber für mich geht es hier ganz klar um die Qualität und nicht um die Quantität. Aber im Rahmen dieses Business Updates wollte ich mich einfach trotzdem mal öffentlich freuen, dass ich vor ein paar Tagen ja doch etwas erreicht habe und mein kleines Ego oder mein großes Ego was ich versuche immer klein zu halten hat sich natürlich trotzdem gefreut. Ich blende Euch das mal ein. Eine Million Views. Eine Million Views. Eine Million Views. Das bedeutet eine Million Mal wurde ein Video von mir, von mir, diesem Sachsen, diesem arroganten Sachsen angeklickt. Auf jeden Fall freue ich mich einfach wahnsinnig. Das ist eine unglaublich hohe Zahl. Eine Million Views. Eine Million Impressionen wo ich eine Million Mal die Möglichkeit hatte etwas beim Zuschauer auszulösen. Eine Million Mal hat der Zuschauer mein Video angeschaut und eine Million Mal hat er meine Worte gehört und irgendwas in ihn ausgelöst und ich hoffe natürlich, dass ich da was verbessert habe. Ich spüre also damit auch eine große Verantwortung und werde auch weiter an mir arbeiten. Den Einen freut das zum Beispiel, dass ich teilweise etwas langsamer rede als früher. Der Einer freut sich vielleicht, dass ich etwas strukturierter rede, mich nicht mehr so häufig wiederhole. Den Anderen freut das nicht. Aber ich muss halt schauen, wie kann ich mich so entwickeln, dass ich möglichst viele Menschen erreiche und einen großen Einfluss habe mit meinen Idealen. Ich freue mich auch darüber dass so viele Menschen auch die Zeit und die Energie finden meine Arbeit dann auch zu unterstützen. Das ist immer die Problematik. Man macht Videos und steht hier in seiner Küche und redet mit der Kamera und dann weiß man dann gar nicht. Was kommt denn da an. Und deswegen wenn dann auf der anderen Seite Leute sind, die dann durchs Internet zurück sagen. Hallo ich unterstütze Dich. Egal auf welche Weise. Das ist einfach ein tolles Feedback. Und das brauche ich auch. Unterstützung gibt es vieles. Eben was ich ja schon gesagt habe vor uns bei der Aufzählung. Die Patreons. Also das sind Menschen die mein Patron werden. Die einfach den Kanal so toll finden und sagen hey da bringt mir richtig was und ich tue monatlich halt freiwillig einen selbst festgelegten Betrag über diese Patreon Seite die ich euch oben unten verlinkt habe, dieses Projekt War Spirit unterstützen und dass das am Laufen erhalten wird. Und gerade in einer Zeit die noch sehr von Geld dominiert ist und immer mehr 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 ist es sehr sehr wohltuend zu spüren wie Menschen bereit sind ebenso freiwillig wie ich monatlich eben auch zu geben und wenn es nur 1€ im Monat ist, das bestärkt mich einfach darin das Richtige zu tun und nicht nur mir einzureden dass es das Richtige ist. Alle Menschen die wenn sie ihre Online Einkäufe tätigen, das ausgehend von meinen Revellings tun, die unterstützen mich ja genauso. Auch da nochmal der Hinweis dass es nicht wichtig ist ob ihr das Produkt kauft was ich euch positiv oder negativ vorgestellt habe sondern dass ihr auf die Seite Amazon ausgehend von einem meiner Links gekommen seid. All die Menschen und das werden gerade in den letzten 2 Monaten richtig viele die auf die Werbung die vor dem Video läuft drauf gedrückt haben um sich dann die entsprechende Dienstleistung oder das Produkt oder die Webseite oder der Youtube Kanal was da vorgestellt wird mal hoffentlich kritisch angeschaut haben. Auch die Leute unterstützen damit mich. Aber bitte seht davon ab einfach nur auf die Werbung zu klicken um mich zu unterstützen. Dann würdet ihr den Unternehmen und auch Youtube schaden die ja letztlich dafür sorgen dass ich hier kostenlos jeden Tag meine Videos hochladen kann. Aber auch jede liebe Karte, also ich rede hier wirklich von Handschritt schriftlichen Karten die ich bekomme. Oder auch die kleinen Pakete die ich von euch erhalten habe. Danke an die Namen die ich nicht sagen darf. Wenn ihr mir irgendwas schickt dann weiß ich nicht ob ich das öffentlich sagen kann oder nicht sagen kann. Also danke an alle. Und natürlich die netten Kommentare unter den Videos oder bei Facebook. Und mit nett meine ich zum einen natürlich das Feedback. Hey Christian was du machst ist toll unterstützt mich. Aber auch die Kritik aber auch die Sachen die mich anregen über das zu reflektieren was ich als Meinung gepostet habe. Wenn es eine Meinung ist. Die meisten Einnahmen diesen Monat kamen aus den Affiliate Links und danach die zweitmeisten Einnahmen kamen aus den Buchverkäufen, dann die Youtube Werbung und letztlich auch die Patreon Einnahmen. Für alle neue Abonnenten noch der Hinweis auf mein Buch, weil ich jetzt Sache Buchverkäufe, vegane Welt mit wenig Geld, wo ich anhand eines praktischen Selbstversuches 30 Tage, in dem ich wirklich jeden Tag aufgeschrieben habe was ich alles eingekauft habe und zu mir genommen habe und alle Nährwerte jedes Lebensmittel exakt protokolliert habe, wo ich dann den Beweis erbringen konnte dass man mit unter 140€ vollwertig, genussvoll und vegan essen und trinken kann. Das Video dazu findet ihr auch oben in den Infokarten. In diesem Monat habe ich 830€ verdient, wobei allerdings die Leute die mein Business Update monatlich verfolgen werden sehen, wobei allerdings eben diesen Monat 350€ auf ein einzelnes Produkt was per Affiliate gekauft wurde bzw. wo der Ausgangspunkt mein Link war. Dafür natürlich danke an den entsprechenden Käufer der eben offensichtlich ausgehend von meinem Affiliate Link das Produkt gekauft hat. Natürlich zahlt man bei Nutzung eines Affiliate Links nichts mehr, sondern es wird lediglich der Affiliate also in dem Fall ich dafür belohnt dass ich den Nutzer auf die Seite gebracht habe wo derjenige dann ein Produkt gekauft hat. Aber das ist nochmal ganz deutlich ich bin jemand der mich mit 1€ im Monat supportet und sagt Hey toll was Du machst genauso dankbar wie jemand der einen wie jetzt 7000€ Einkauf über meinen Affiliate Link tätigt. Also da mache ich keinen Unterschied. Jeder das was er kann und was er will und ja wirklich es vom tiefsten Herzen möchte. Das Grundprinzip dass wir hier alle freiwillig zueinander finden und uns gegenseitig helfen, inspirieren und füreinander da sind. Das ist die neue Welt. Das ist die geistige Evolutionsstufe von der ich immer wieder in meinen Videos rede. Ohne Zwang und falsches Anspruchsdenken. Keiner ist gezwungen die Videos zu schauen. Ich bin nicht gezwungen die Videos zu machen. Alles ist freiwillig und alles ist im Fluss. Das ist die Liebe die uns vereint. Und wenn wir bei Vereinender Liebe sind, dann der Hinweis auf das monatliche durchs komplette Jahr gehende Rokos Potluck was am 22.10 auch noch in der freien Natur stattfindet. Auch mit dem kritischen Hinweis der ein oder anderen Person dass es eventuell schon so kalt sein könnte. Eindrücke vom letzten Event findet ihr oben in der Infobox. Ich liebe Euch alle und ich freue mich weiter auch in der Intensität wie bisher die Kraft und die Zeit finden zu können mich täglich meiner selbstgestellten Aufgabe die Welt zu verbessern widmen zu können. Wir sehen uns morgen wieder. Machts gut Euer Christian. Tschüss.